was geht ab heute ist so cool und wir starten das video wieder mit einem shiny diesmal ein carpador ich habe schon ewig kein carpador mehr bekommen shiny in letzter zeit mit den shinys läuft so klasse ab das ist nicht mal mein erster shiny heute ich habe zu hause in enibia noch bekommen wir können mal unseren sternstaub anschauen moment ich gehe mal hier zur seite volle straße 4,166 also ich habe gestern abend nicht mehr geschüttelt heute morgen nicht mehr wirklich geschüttelt ansonsten wäre ich sicher auch hier vier oder so noch gekommen ich habe auch nicht die ganzen zwei eier gebrütet normalerweise mache ich am abend und in der früh noch die nicht mehr am abend aber in der früh noch die ganzen zwei aus den geschenken die brüte ich erstmal alle mit dem schütteln fertig weil da muss ich mich während des farmens nicht mehr darauf konzentrieren und darauf achten dass ich immer nur geschenke aufmache aber nicht mal das habe ich heute gemacht also versuche heute auf fünf millionen zu kommen könnte machbar sein könnte nicht machbar sein mal schauen was heute geht ja weiblich mach nicht den nougat und gib mir nicht den falsch ja weiblich mach nicht den nougat und gib mir nicht den falsch das ist schon der weiblich okay nein das ist der männliche ich wollte mir das falsche nougat andrehen ja sie sagte noch ja das ist das richtige immer aufpassen ja jetzt ist es das richtige ja als scheine sehen die mal anders aus ok dran und dran naja naja ja 98 so schauen wir mal wir sind schon mitten in der natur von den ersten drei zwei gefangen schnell schnell hier aber noch kein shiny der beste bisher aber nicht wirklich gut nicht wirklich gut was sei denn leider nicht er ist wieder gesunken ich hasse das schon 20 nach ich habe geschenke noch nicht aufgemacht von zwei leuten zwei leuten ich habe geschenke noch nicht aufgemacht von zwei leuten ich habe geschenke schon aus leider nicht shiny check leider nicht leute 87 das ist der beste bisher hier steht in einer rein da geht es rum und da rum braucht eins wahrscheinlich die kocherns ne Die Freienpässe sind schon lange weg. Emil hat mir ein Foto geschickt, er hat seine 5 Freienpässe gemacht, weil ich ihn dazu überredet habe, also fast gezwungen habe. Er wollte die einfach nicht machen. Hat sich ein Shiny 96 oder so gegönnt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe nicht auf das Bild geklickt, ich habe nur so einmal runtergezogen. Wir sind noch auf der Jörg nach unserem ersten und wahrscheinlich einzigen Shiny, so wie immer, bis Arena 33. Danach mache ich nicht weiter. Also ich mache so oder so bis Arena 33, weil ich die Arena Punkte brauche, also innerhalb dieser 33 Arenen muss er kommen. Und hunderte wäre auch nass. Aber das ist... Uh! Da ist er. Ganz leise sein, Leute. Ganz leise sein. Wir sind aufgeflogen, er hat uns entdeckt. Sehr schlechte WP, also den können wir easy vertauschen. Das ist der nächste Rate, Leute. Wir haben hier und da mal ein paar ausgelassen, die habt ihr nicht gesehen. Ich kann euch nicht alle 33 Rates zeigen. Ich hoffe euch immer, wenn ich mal Zeit habe. Wenn es ein bisschen entspannter ist. Wenn ich etwas Krasses habe. Wenn wir einfach so über die Straße gehen. Und... Und... Und ein Hunderter-Check. Natürlich. Das brauchen wir eher. Leider nicht. Aber da hinten ist irgendjemand. Glückwunsch. Die Arena müsste aber gleich da sein beim Biergarten, wenn ich mich richtig erinnere. Nächster Check. Nicht ganz das, was wir sehen wollen. Ne, leider nicht das, was wir sehen wollen. 87, das ist, glaube ich, der höchste jetzt. Nächster. Jetzt geht hier ratz, 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 ratz. So, schauen wir mal an. Ich habe die WB nicht genommen. Scheiße, die WB. Durch die Baustelle. Aber es hat sich verloren. Noch ein shiny, Leute. Ja, ist aber extrem schlecht. 39. Aber naja, das ist wahrscheinlich schon mal doppelt so gut wie Ente. Wir nähern uns im Ende, Leute. Wir nähern uns auf dem, also was heißt nähern, wir sind schon auf dem vollen Teil der Route. Das ist der Stachus hier. Samstag Münchner Stachus. Wir machen jetzt hier die zwei, drei, vier, fünf, sechs Rates, irgendwie sowas. Und danach ist es auch schon, also wir haben nur noch eine Stunde. Wir machen nur noch bis da vorne links. Das heißt, an sich, ich weiß gar nicht, wie viele die danach noch schaffen. Wir haben schon geplant, werden danach noch zehn, nachdem ich aussteige. Aber zeittechnisch, glaube ich, ist das nicht mal voll so. Nutze ich schon relativ viel drei Stunden aus. So, schauen wir mal. Also wir haben drei Scheines jetzt. Den anderen blende ich euch noch später ein. Habt ihr nicht gesehen? Oder blende ich jetzt hier ein? Ich will ein 800-400er. Der Kollege hat ein 98er. Hast du ihn gefangen? Ja. Und ein Shiny. Was auch sonst? Shiny und 800er. Nein, nein, nein. Beides. Getrennt. Hab die WP schon gesehen. Aber, kriegen wir noch einen Shiny? Wobei, eigentlich brauche ich gar keinen. Eigentlich brauche ich nicht noch einen. Ich will lieber einen 98er oder 100er. Die drei sind echt genug vom Sykun. Ich weiß nicht, ob der jetzt so gefragt sein wird. Auch wenn das Shiny sein wird. Voll letzte Rate, Leute, für mich. Wir haben noch eine halbe Stunde. Die anderen müssen noch drei, vier, fünf schaffen vielleicht. Okay, fünf ist vielleicht hochgegriffen. Klingen wir noch ein 100er hier? Wahrscheinlich nicht. 98er vielleicht. So. Jetzt haben wir's. Voll letzte Rate für mich. 16,850. Und mein Sternstück ist ausgegangen. Und ist nicht Shiny. Ich stelle mich mal hier an die Seite. Wir haben die letzten Rate verpasst. Weil mein Bottle voll war. Aber meine Pässe leer. Ich konnte keine Pässe mehr gleichzeitig kaufen. Haben mal verpasst. Aber jetzt nicht so schlimm. Wir haben jetzt gesamt. Oh. Noch mal erstmal. Moment. Stopp Update nach. Oh. Der hätte auch Shiny sein können. Den hätte ich auch noch mal Shiny. Was heißt nochmal? Den habe ich noch gar nicht. Stopp. 4,55 Millionen. Wir wollen heute 5 Millionen haben. Also. Wir wollen noch 450.000. Hm. Ausbeute Zeit. Schauen wir uns mal die Ausbeute an. Ich habe gemacht. Ich glaube 28. Also Odeonsplatz wäre der 33. Rate gewesen. Zwei wurden direkt am Anfang ausgelassen. Um die Route zu optimieren. 31. Stapus habe ich ausgelassen. 30. Glockenspiel wurde aus Versehen ausgelassen. 29. Und dann in den letzten bin ich nicht reingekommen. Also 28 Rates. Und von den 28 Rates. Habe ich. Also erstmal habe ich einen 100er Flimper gegütet. Sehr sehr nice. Den habe ich auf jeden Fall noch gebraucht. Und Shiny Südkund habe ich. Drei Stück. Man denkt sich jetzt. 16,90 relativ hoch. Aber ne. Das ist grottenschlecht. Ja. Und Staub habe ich jetzt fast 5 Millionen. Also starten wir den Tag ungefähr mit 5 Millionen. 5 Millionen unter unserem Ziel. Drei Tage haben wir noch. Wenn ich Gast bin. Eine Million am Tag. Sind 8 Millionen. Wenn nicht. Dann ja. Schauen wir mal. Wird schwierig auf jeden Fall. Shiny Sichtloh. Geklickert. Irgendwann unterwegs. Mein viertes, fünftes und ich weiß auch wie hart ich den gejagt habe. Oder war das aus dem Ei? Aber ich glaube nicht, dass es aus dem Ei war. Ne. Der steckt dann sicher nicht aus dem Ei. Und noch einmal die Kirsche. Leider jetzt nicht so gut. 100er wäre ganz nice. Ansonsten. Wo hast du es? Mir haben wir glaube ich nicht gemacht. Capodor. Shiny bekommen. In Divi. Shiny bekommen. In der Früh noch bevor es los ging. Ja. Ivy technisch leider keinen guten Sekunden bekommen. Da muss ich dann meinen 96er von davon maxen. Demnächst. Irgendwann. Übernächstes Max on Monday oder so. Weil Montag. Also morgen fällt das ja aus. Weil wir müssen weiterhin Staubfarmen. Auf jeden Fall das war es von mir Leute. Das war meine Ausbeute. Schreibt unten in den Kommentaren wie es bei euch so lief. Wie viele Shiny Suikoden habt ihr euch gegönnt? Habt ihr euch einen Hunderter gegönnt? Wie viele Rates habt ihr gemacht? All das unten in den Kommentaren. Ansonsten bitte mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokemon is your business.